guten morgen leute heute bin ich dran mit dem rocker takeover falls ihr keine ahnung habt wer ich bin ich blende euch mal hier meinen instagram namen ein so dann noch mal kurz zu mir ich bin ron ich bin 18 jahre alt ich gehe noch zur schule und ich trainiere jeden tag arme ich sie noch richtig verschlafen aus ist einfach noch viel zu früh für mich bei mir gibt es jetzt erstmal frühstück so ich zeige euch mal was es jetzt bei mir gibt okay das war jetzt natürlich nur spaß morgens esse ich eigentlich nie was ich gehe jetzt erstmal zur schule und melde mich dann noch mal so ich mach mal ein what's in my school bag also ich habe hier erst meine trainingstasche ein stift handcreme desinfektionsmittel paar blätter jetzt darf haarspray natürlich auch nicht fehlen und zughilfen man weiß ja nie was kommt ich wurde gerade nach meiner makro verteilung gefragt aktuell trage ich gar nicht ich weiß nur ungefähr wie viel protein ich am tag zu mir nehmen so ich bin jetzt gleich in der schule ich könnte mir gerne fragen stellen und wenn ich dann pause habe beantwortet ich hatte damit eigentlich noch nie wirklich probleme weil ich mein essen immer selber mache oder gemacht habe oder wie auch immer auch schon bevor ich mit dem training angefangen habe aber mittlerweile koche ich mir eigentlich nur noch fertigprodukte ich koche eher weniger obwohl ich eigentlich gerne koche so ich hoffe man hört mich jemand hat jetzt gefragt wie ich julian kennengelernt habe und fragen mich relativ viele war ganz lustig damals ich habe damals immer im mcfit am kudamm trainiert und dort war er auch immer anfangs hatte ich gar keine ahnung wer das ist weil ich habe immer gesehen dass er damit ollie und kameras am start ist dann habe ich mal bei youtube geguckt und habe ihn dann durch zufall aufs unter den empfohlenen videos gesehen dann habe ich mir das ganze mal angeguckt und so und ja dann habe ich mir von seinem damaligen merch so ein muscle hoodie geholt und dann hat er mich mal im training angesprochen und hat halt gefragt was ich so mache weil meine kraftwerte waren ziemlich gut obwohl ich halt so war und ja dann habe ich ihm erzählt dass ich so gar kein plan wird und ja dann habe ich bei einem gewinnstuhl mitgemacht und hab das programm dann durch zufall gewonnen und ja dann habe ich das programm halt gemacht wir sind halt immer in kontakt geblieben haben dann angefangen zusammen zu trainieren und ja so hat sich dann entwickelt so und wie lange ich trainiere ich trainiere jetzt mittlerweile seit fast vier jahren ähm davon aber erste zweieinhalb jahre wirklich mit plan vorher war halt nur quatsch so und ob ich für julian arbeite oder gesponsert bin ich bin gesponsert von rocker nutrition auch von bumbum welche produkte ich verwende schreibe ich mal hier so rein ich verwende eher nur so die klassischen sachen produkte wie smacktastic verwende ich auch aber eher weniger weil ich die meistens nur maraquat verwende und maraquat nur esse wenn ich halt in der diät bin ähm wie ich trainiere ich trainiere nach einem 5er split und ja trainiere auch jeden tag mein letzter westday war irgendwann vor den sommerferien so und die neuen geschmacksrichtungen vom the vegan einmal cappuccino raspberry yoghurt vegan milk chocolate und vanilla cookie probiere ich jetzt für euch so ich fange mit cappuccino an darauf bin ich am meisten gespannt das riecht auch schon richtig geil mal gucken so ich trinke meine shakes immer mit milch deswegen kommt da jetzt milch rein ich hoffe ich verkraft das jetzt nicht so ich probiere dann mal so nächster geschmack ja auch geil sogar noch so nächster geschmack vom geruch her ist der auf jeden fall schon mal am besten ähm obwohl ich jetzt nicht so der yoghurt fan bin was den geschmack angeht finde ich den eigentlich doch ganz ok so jetzt der letzte geschmack schoko ich denke mal der wird gut schmecken schoko schmeckt ja meistens eigentlich immer gut ok der ist richtig geil erinnert mich sogar leicht an kids chocolate ich denke wenn man das da reinmacht schmeckt er noch geiler ok ich mach da mal jetzt kids chocolate rein wie ihr sehen könnt das ist auch vegan also kann man perfekt kombinieren kombinieren ok jetzt nochmal der test mit kids chocolate drin boah heftig ey ok ähm mein ranking schreibe ich einfach mal hier rein was mir so am besten geschmeckt hat so ich war jetzt gerade noch mal in der schule jetzt habe ich nur noch sportunterricht dem jungen habe ich gerade einen riegel gegeben und hugo wie schmeckt dir der riegel ist schon Atemraum so ich bin jetzt wieder zuhause und weil gerade gefragt wurde zeige ich euch mal wie ich meine mikronährstoffe so wecke so einmal hier so Gemüsechips und dann noch Fruchtgummi mit Vitaminen war jetzt schon eins gut? eins gut nur? hier ist mir eindeutig zu wenig tschüss und hier ist noch die Entröhnung ich bin fertig mit dem workout beziehungsweise wir sind fertig mit dem workout ich chill gerade in Christian Lambo wir gehen gleich was essen und er gibt gerade noch einen PT also ich warte kurz auf ihn und ich habe jetzt erstmal Zeit ein paar Fragen zu beantworten so erste Frage Wei oder Hyperdwarf? für nach dem Training ich sage Hyperdwarf warum? es ist einfach perfekt für nach dem Training geeignet weil es alles beinhaltet was ihr nach dem Training braucht und weil auch so viele Fragen nochmal kurz zu mir ich bin 1,73m groß ich wiegele knapp 80kg und habe einen 43cm Oberarm denn Chris hat so gemeint mach keinen Scheiß in meinem Auto ganz viele haben mich auch gefragt was genau ich für eine Schule mache eigentlich mache ich gar keine Schule ich studiere nämlich Maschinenbau einige haben mich jetzt sogar gefragt was ich so für Spiele zocke also Gamer sind auch da es freut mich was ich so zocke in die Klassiker FIFA Call of Duty yeah Chris is arrived wir gehen jetzt essen wo gehen wir hin? wo gehen wir hin? wo gehen wir hin? wo gehen wir hin? so ich bin mega hungrig wir essen jetzt ich zeig euch mal was wir uns bestellt haben so ich mache dann mal Feierabend das war es mit dem Takeover ich hoffe ich konnte einige von euch etwas unterhalten heute ihr könnt mir gerne auch auf Snapchat folgen dort werde ich jetzt etwas mehr snamen ich habe irgendwie Snapchat für mich entdeckt heute vor dem Pennen gehen esse ich jetzt noch so ein Broccolisches hier im Geschmack Crazyberry mein Lieblingsgeschmack ich kam heute nicht dazu in der Schule so ich bin raus bis zum nächsten Takeover Peace